Hey Internet und YouTube, bei den Perverts geht's rund. Ich hab eine Meldung erhalten, dass ich mich zu wenig um Ekelpatz kümmere und dann wird der Sozialdienst angerufen. Peggy, Peggy bekommt gleich das Baby. Hier bekam ich auch schon eine Meldung. Wenn ich das Kind nicht bald füttere, wird auch der Sozialdienst gerufen. Verdammt nochmal, ich bin reich. Kann ich den Sozialdienst nicht einfach bestechen? Kann ich den Lehrer nicht? Ekelpatz hat so schlechte Noten. Ich verstehe nicht, aber kümmere ich mich doch super ums Fernsehen und ums Baden mit Champagner. Das ist doch viel wichtiger im Leben, oder nicht? Niemand braucht Noten, wenn man mit Champagner baden kann. Niemand, Peggy, ist das angemessen. Die Gene-Dance, ich arbeite auch. Oh, das ist halt jetzt was anderes. Das ist nicht sexy. Wie lange, wie lange, wie lange? Zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Minuten. Wo ist, wo ist, wo ist der Vater? Der, glaube ich, ist endlich mal wieder arbeiten. War schon lange nicht mehr, warum auch immer. Genau, ja, die ist total erschöpft. Oh Gott, ein Baby, nimm ein Baby. Baby-Saption. Boah, Bunker. Aus dem Nichts kam. Aus dem Nichts. Aus. Plupp. Drück's raus. Du kannst nicht mal das T-Shirt hochziehen. Jetzt bin ich auch gespannt, wie uns die Sims hier betrügen wollen, mit dem Baby machen. Äh, bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Geburt. Was? Ah, wieder ein Mädchen. Ja, super. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Das ist kein Vorname. Wir sind doch Celebrities, oder? Also nennen wir es Alpha Centauri oder Mondschein oder Gebirgskette. Gebirgskette ist ein schöner Mädchenname als Celebrity. Gebirgskette Nord. Gebirgskette. 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 Ey, Gebirgskette. Komm mal her. Was? Ne, das ist mir zu anstrengend. Model. Hi, ich bin ein Model. Alles, was sich eine Frau wünscht zu sagen, oder? Ja, das ist zwar nur der Name. Model. Model. Ne. Puh. Na, mir fällt nicht. Model. Da. Da. Gebirgskette. Gebirgskette. Wow, mit Konfetti. Und angezogen. Kommt's auch schon raus. Wow. Und gut verhalten. Der Arzt hat wieder zugeschlagen. Wir sollten das dann irgendwie abkürzen, oder? Oh, Nubu, I move. Okay. Ähm. Die Sache ist... Shut up! Die Sache ist die, wer kann hier jetzt noch schlafen? Absolut niemand. Jumbo, Herbert. Hi, Vicky. Hi, Vicky. Yay. Vorher, nachher, Foto. Okay, wir haben ein Problem. Das hier. Das hier, das hier. Okay, aber Peggy macht's raffiniert. Beide Babys... Oh Gott, da ist ein Lärm. Beide Babys sind, äh... bei Herbert. Und sie haben drüben den Fernseher noch immer. Win-Win. Die können ruhig schlafen. Und Herbert hat die Hölle im Stereo. Oh mein Gott. Leg dich erstmal hin. Peggy, du hast dir recht. Wie geht's dir? Schlecht? Oh Gott, du kommst zu spät zwischen... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie, was verwenden? Ihr werdet nicht aufs Klo gegangen. Geh, geh zurück, geh zurück. Geh, geh, geh... Herrlich sauber. Schule? Hüftansvollen... Freunde werden. Wir wollen nicht Freunde werden. Ein Film war... Ich hab schon wieder gepennt. Gepennt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Fehlt in der Schule. Kann ich eine Entschuldigung schreiben? Sohn musste Fernsehen. Ist das, äh... Angebracht? Ups, was hab ich jetzt geklickt? Sorry. Wow. Hausaufgaben nachholen. Holy... Was ist denn hier? Meine Güte. So, zwei Tage ist, hab ich das dreimal ersetzt. Das ist ja Wahnsinn. Hausaufgaben nachholen. Wo war denn das? Äh, Entschuldigung? Sollte wirklich aufpassen. Niemand braucht einen Hüfttanz. Jesus Christ. Telefon. Klingt auf freundliche Seiten. Wollen wir nicht durchsuchen? Wisst ihr, was wir machen? Geht jetzt gar nichts? Die Frage ist, was kann ich denn auch hier machen? In Sims 4. Wohin kann ich denn gehen? Irgendwo. Hinreisen. Bungalow. Jemanden kennenlernen. Fitness. Waren wir schon. Was war das? Bibliothek. Langweilig. Nachtclub haben wir schon durchge... Museum interessiert sich auch niemand dafür. Das ist der Park. Was ist das? Sims für Reise wählen. Schauen wir uns mal die Nachbarn an. Vergesst die Hausaufgabe. Und wenn der Sozialdienst kommt, kriegt er von mir 2000. Und er sagt, die Adresse haben wir leider nicht gefunden. Es tut mir sehr leid. Oho, Villa. Okay, gehen wir rein. Was ist denn? Du kannst hier drin pieseln. Du kannst hier drin pieseln. Wir klopfen mal an. Euer Worte, Graf Dracula. Hey, 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 hey. Wo gehst du hin? Du bleibst hier. Oh. Sorry, wo ist denn euer Klo? Wir müssen dringend irgendwo hin pieseln. Oh mein Gott, was für ein Streber. Was für ein Streber. Okay. Das sieht doch gar nicht. Sag mal, gibt es hier keine Toilette? Ist wahrscheinlich hier oben. Hier, geh pieseln. Oh oh, was ist passiert? Oh mein Gott, weiß ich. Elvira. Oh hallo. Herbert. Wer, 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 wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Alexander Grusel. Bella Grusel. Cassandra Grusel. Und ich sehe hier keinen Typen Grusel. Das ist gut. Das ist gut. Was bedeutet, Herbert? Verbessern. Tun wir so, als wären wir Handwerker. Das wäre wie ein schlechter Porno. Gibt es hier was zu messen? So, ist mal hier zu Abend. Wie wäre es mit Tacoablauf? Klingt super. Herbert, bist du hier überhaupt? Ich bin der neue Koch in eurem Haus. Was ist denn? Ich bin's. Hast du Angst vor meinem guten Aussehen? Bist du eingeschüchtert? Hast du Angst, mich anzureden deshalb? Sind doch alles nur Menschen, oder? Zwei Arme, zwei Beine. Einer sieht halt wesentlich besser aus als der andere. Oh Gott. Oh, das ist peinlich. Sie hat's nicht gesehen, Herbert. Sie hat's nicht gesehen. Oh, sie kommt wieder. Sie kommt wieder. Na? Na? Ja, das ist alles meins. Das ist alles meins. Hau rein. Tu es. Level sechs, Baby. Level sechs. Wenn du verstehst, was ich damit meine. Ich hab... Wer ist das? No. Mortimer. Mortimer. Das ist sicher nur der... Irgendwann entfernt ab. Das ist ihr Bruder. Hau mal rein, Herbert. Hau mal rein. Wir fragen jetzt mal kurz... Sie ist im Schlafzimmer. Das sollten wir nicht tun, oder? Kokett vorstellen. Äh, but. Go, 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 mein Freund. Komm hier rauf. Komm hier rauf. Komm hier rauf. Ja, ist klar. Bella Grusel hier im Ding. Willst du hier Freunde werden? Können wir über die Schule reden? Super. Wo ist? Wo ist, wo ist, wo ist? Herbert, Herbert? Habi? 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 Kokett vorstellen. Oh, shit, er ist weg. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Wir wollen hier in die Villa einziehen mit Herbert. Obwohl hier ist es mal etwas zu dunkel. Wie wär's? Kann ich hier töten? Nein. Funktion... Okay. Gut. Ich meinte nicht töten. Ich meinte aus dem... Aus dem... Lüge. Mortimer, betrüg dich. Mortimer, betrüg dich. Was die wohl für ein Mitgift hat? Können wir hier alle einziehen? Nein. Hey, 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 hey. Das ist Herbert's Frau. Neue Frau. Läufst du immer so zu Hause rum? Schaust du so Fernsehen im Kleid? Das ist ja Wahnsinn. Alle sind Arbeiten. Und Ekel-Batz. Oh mein Gott, ich muss die Aufgaben nachholen und wir sehen uns im nächsten Part. Und ich muss irgendwie sehen, dass ich Mortimer loswerde. Verdammt. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020